Boah, jetzt geht er natürlich einen Schritt zurück. Boah! Oh Gott, hier wachsen, habe ich hinter dir. Ich glaube ein Timer dafür, wie man freigeben kann. Ist offen, ich habe vieles, ist offen. Warte, ich setze die Wegpunkt. Ach du Scheiße, na, ist weg da. Oh shit, weg damit. Weg hier, weg hier. Wir kämpfen sollen nicht wegrennen. Okay, und jetzt rechts. Ah, da. Oh shit. Wir drücken jetzt in die Base rein. Ja, weil ich glaube, ich bin nach einer halben Stunde. Scheiße. Ja, ich weiß, dass du ein Scheiß-Hirror ist, aber ich habe Panzer-Mine gelegt, dass wenn du wieder zurück gehst, dass der hoffentlich in die Panzer-Mine checkt, aber... Nö. Nö. Hat auch gemeint, die Maxi läuft einfach an der Rakete vorbei. Was? Ja, ich fahre hier los. Hier kommt ja nix voran. Ne. Nö. Ach, war der Noob-Fall, oder? Ach, war der Noob-Fall, oder? Richtiges Noob unterwegs, oder? Wie Food, oder was? Ja, halt die Schnauze! Halt die... 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 Nein, nicht, 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 ja, ja, das gibt einen Kill weniger. Also Differenz. Ach du Scheiße. Das ist schwer, weil, nein, das ist das. Und zwei Spiele ohne Leck, nicht wahr? Oh, jetzt mal noch drei, vier. Markus! Was? Ich bin tot. Ja, ich hab's gesehen, du bist umgefallen. Du bist umgefallen. So heißt das jetzt, du bist umgefallen. Ich werde ein Signal von fünf Minuten überrennen. Ich geb nicht mal fünf Minuten drauf. So, es ist auch leer. Komm wieder, ich spreche Spione weggeholt. Alter, ich ramp grad den hier in Sandys, das ist voll geil. Das renne ich natürlich ins Rudel. Das ist so wie die Edge, Alter. Kommt der jetzt her? Voll ins Rudel reingehalten. Ne, das bringt hier nix. Der Sandys ist auch Käse. Es ist alles Käse. Sven, ich höre für einen Wechsel in sieben Minuten. Ah, in sieben Minuten. Ich mach meine Wechsel im Normalfall gern, wenn's mir sinnvoll erscheinen. Nein, wenn die Aufnahme einen Cut macht. Ich krieg nicht mal wieder Schrott seien getötet. Was? Nein, jetzt hat er mich in der Luft gehatchert. Ich kann auch nicht auf die Leute nicht mal verlassen, sich was. Gut, die haben uns in Sonny gewebt. Ja, hey doch. Nein, den wollte ich gar nicht benutzen. Den ihre Spie ohne Farmen. So Markus, ich würd sagen, wir fahren nochmal mit der Helbet da zum Wettbewerbpunkt hin. Findet's übrigens auch wieder fast positiv. Da kommt ein richtiger kleiner Mähzeug rüber. Akos, kommst du wieder? Hab ich? Ich bin im geschlossfreigort. Ja, ja, du verweckst dich. Ja, keine Sorge. Okay. Ich markiere mal alle Punkte. Boah, jetzt geht er natürlich einen Schritt zurück. Boah, der hat Annäherungsmening gesetzt und einer hat sich reingeloggt. Das war nicht an den Sanderrand vorne. Ich bin unterwegs. Warum bewegt er sich immer, wenn ich abdrücke? So, wo bist du? Auf die Straße. Gut. Geh, Futur. Ich seh dich. Geh nicht auf die Straße, bitte bleib links. Natürlich. Irgendwann müssen sie mich erkriegen. Oh. So, und wir holen uns jetzt den Jens Sanderer, auch wenn da hinten ein McRider fährt. Den umgehen wir irgendwie. Tarnt euch. Als... Ja, 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 wir machen ein Tarnmanöver. Bist du auch für, oder? Ja, wer wird Schnee auf und dann tarnt ihr euch als Schneewolke. Ne, wir sind Harris, aber wir können ziemlich weit außen fahren. Und das hier ist quasi das perfekte Harry Gelände. Da ist ein Lightning vor uns. Jetzt, guck, die Hände. Habts gesehen? Habts gesehen? Habts gesehen? Habts gesehen? Habts gesehen? Wie sie abbewegt, dass ich ein Stückchen... Da wäre es für Harry. Äh, der Lightning. Ich darf nicht zu lange... Warte, 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 warte. Weil ich hinter ihm dann gibt's die Schwachstelle. Jetzt. Oh, sie sind schon wieder bei uns ran. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, ja. Oh, nicht zu knapp. Okay, der ist weggekommen. Jawohl, noch erwischt. Echt? Ja, so. Aber nicht mehr gekillt. Ich dachte schon. Ja. Wär zu schön gewesen. Ich bin echt zu blöd. Ja, aber... Wie immer. Festens aus. Ja, ich weiß, dass die nichts aussah. Aber ich fahr auch hier wieder rein. Kann man stehen? Äh, 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 äh. Ja, natürlich stehen 50 Meter weiter hinten noch ein neuer Sandy. Das ist so bitter. Aber der hat... Sie drücken so und so weg. Ich weiß nicht, wer diese Sandy platziert. Oh. Oh, 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 das wird teuer. Jedes... Oh, kostet 50 Euro mehr. Oh, gut. Alle, oh! Seit dann einen Lightning gekillt. Oh Gott sei Dank im Laufen. Ich habe den Lightning jetzt gekillt. Was denkst du? Nein, ich habe ihn gekillt. Ein Lightning! Da hat ich immer den Kill von den Typen da drin bekommen. Ach du scheiße! Ohlinear! Keine Ahnung, ich habe ja nicht mehr Panzer Vader geworfen, glaubt ich oder? Hab ich irgendwo Panzer Media? War nie... Ja, bei, bei, bei Mairis oder da? Daättest du ja dann reingefahren Biase, am Termination. ich bin schon wieder 15 minuten fast da kam jetzt der kill da oben ist auch noch ein maggie sei doch vorher sind auch die kriegsgekill ist rechts fällt auch noch mehr geht zumindest höch ein ja ja das ist nicht gut sich guten mcg ist nie gut sowie fußsoldaten schneifer flugzeuge ist ein alter was da oben los was hat der für eine waffe hat der sechs schüsse gefeuert ja dann hat das sehr gute besiegen wir achten von hinten guckte erläuft da wieder den schritt vor okay das schafft der killer skype mit panzer killer doch ich habe ihn ausgedrext ich habe ich habe genug abstand zwischen mich und ihnen gebracht ja gut zwei stück kristin lighting 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 wo oder noch einer erst zwischen retten links irgendein kommt da hat man hinter uns aber hast du nicht mehr habe ich nicht drei kiel sogar wir müssen hier weg das ist der typ ich habe ihn überfahren jetzt kommt dahinten der mcg wir fahren wieder weg das war doch nichts ich war doch gerade oben da war doch kann ich habe mich abgeschüttet mcg da hinterher so wo sind die hat er auch nichts so das ist von sagt doch einmal was nach der wegen gab wieder richtig ab und ich habe mir auch hier gemacht der spion wo du nur den flash gekillt das habe ich dann gekillt das ist aber ich habe natürlich nicht im leben dass ich den töt das ist gelesen sehr kräftig in kräftig in den arsch mehr mehr werden auch wirklich keinen einzigen weißt du warum ich sag das wird nix ich glaube die ganze eisläder und das sperrgebiet aber egal das böser sperrgebiet dacke das ist sperrgebiet